Voice of Europe. Mit dieser prorussischen Internetplattform soll der AfD-Politiker Büstron in Kontakt stehen. Sie soll an russischen Desinformationskampagnen beteiligt sein. Eine tschechische Zeitung berichtete mit Verweis auf Geheimdienstkreise, Büstron soll möglicherweise Geld genommen haben. Der Bundestagsabgeordnete bestreitet das in einer Stellungnahme an die AfD-Spitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Büstron gilt als sehr russlandnah und er bedient sich der Sprache von Verschwörungsideologien. Bei der Europawahl kandidierte er auf Listenplatz 2. Der AfD-Spitzenkandidat rät ihm, etwaige Wahlkampfauftritte erst mal zurückzustellen, bis die Sache geklärt ist. Den Europawahlkampf der AfD könnten die Vorwürfe beeinträchtigen, sagt Politikwissenschaftler Funke. Und auch für KRA zum Problem werden. Die sind beide auf diesem Voice of Europe aufgetreten, diesem russlandfreundlichen Sender, mehrfach übrigens. Und die einzige Frage ist, wie viel Geld und ob Geld gezahlt worden ist. Also diese russlandfreundliche Haltung wird damit ins Scheinwerferlicht der Wahlkampagne der anderen Parteien gerückt werden in den nächsten Wochen. Der Vorstand der AfD will sich in den kommenden Tagen mit den Vorwürfen und der Stellungnahme von Büstron befassen. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's. Das war's. Das war's, das war's.